Er ist nicht da. Ach, danke. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. Was soll das? Ist das professionell? Nein, ist das nicht. Siebter Dritter. Molly Malone, Irish Prab. Usna Anplakt, Futuring Chris W. Beginn 21 Uhr. So. Was soll das? Ist das jetzt professionell? Seid ihr Männer? Oder Memmen? Ihr seid elende Dilettantien. Genau, sonst seid ihr nichts. Und jetzt wird Kämmerl richtig gewohnt. Und es reicht mir jetzt so langsam in dieser elende Scheiße.